Hallo meine Freunde der geflickte elektronische Unterhaltung, da sind wir wieder bei einer neuen Runde Commander Conker Alarmstufe Roll 1. Wie versprochen bin ich natürlich nicht alleine, wen habe ich mir denn dazu geholt? Mich. Ja, wer ist denn mich? Crash Bandicoot Girl. Ja, dem einen oder anderen wird sie aus den Livestreams bekannt sein, mit ihrer Mütze, auch wenn es eine Mütze ist. Jetzt mobbe ich mich wieder. Ich mobbe dich doch nicht. So, kurz nochmal zur Wiederholung, ich werde hier jetzt ständig genervt von irgendwelchen Gegnern. Ich hoffe du erkennst genug, wenn nicht muss ich dir das doch umstellen gleich. So, unser Auftrag war ja diese Convoys hier auf die andere Seite des Flusses zu bringen. Und den Auftrag werden wir natürlich auch ausführen. Fragt sich nur, wie lange es dauern wird. Spionageflug zu haben, oder? Ja, ich hoffe es mal. So, gucken wir mal. Okay, hier ist ja nicht viel in der Basis drin, die könnten wir so überrennen. Konstruktion abgeschlossen. Neue Bauoption. Ich glaube, das mache ich doch einfach mal. Speicherworte zu haben nochmal ab. Denn das Spiel stürzt sehr gerne ab. Ja, dass ein weibliches Wesen Command & Conquer mag, das ist ja nicht so selbstverständlich. Deshalb kann Alina gleich mal, wenn der Kampf hier vorbei ist, weil dann ist sie wieder ein bisschen leiser hier, mal erklären, warum sie jetzt bei Command & Conquer dabei sein wollte. Ja, und das mache ich schon mal. Sie haben das Wort. Also, ich kam irgendwie auf Command & Conquer, weil das hat mein Vater für mich mit mir gespielt. Und dann, ja, keine Ahnung, dann habe ich das irgendwie angefangen so zu mögen und selber allein zu zocken. Und dann hat der Zufall gefragt, ob jemand mit aufnehmen möchte und da habe ich es doch, ja. Ja, ja, ja. Der hat sie mal gesagt, hier, ich möchte auch gern mal, ja, und jetzt ist sie hier. Ja. Einheit bereit. Wird gebaut. So, da haben wir ein paar Zerstörer und ein paar Kreuzer. Kreuzer müssen natürlich beseitigt werden. Einheit bereit. Ja, und sonst, Alina, erzähl mal ein bisschen was. Ach, ach. Eigentlich alles relativ gut. Naja, wir haben Schule und dann sonst gut. Ach, gut. Ist ja auch bald wieder Woche. Ja, ist ja kurze Woche jetzt für die Schüler. Ja. Ich habe schon noch zwei Tage, Gott, bin zu viel. Drei Tage zu viel. So, gucken wir mal, was wir hier so alles Schönes haben. Okay, da sind ein paar Kreuze, den gehe ich schon mal eben auszuschalten. Hallo. Dann schalte du mal. Ja, ich schalte mal. Ja, Alina selbst ist, äh, nicht unter den Let's Player-Rinnen oder Streamer-Rinnen zu finden. Sie ist nur aktive Zuschauerin. Ja, aber ich habe geplant, bald damit anzufangen. Mit beidem oder mit einem? Bald. Ja, Sir. Bestätigt. Mit dem Bestellen. Super. Ja, nicht kleckern, klotzen, wie man so schön sagt, ne? Jo. So, dann decken wir mal auf, was wir noch alles da zu tun haben. Nicht mehr viel. Nicht mehr viel ist zu tun. Jetzt können wir uns natürlich den Spaß machen, einfach die Brücke kaputt ballern. Bestätigt. Bestätigt. Wir müssen sowieso mit Transporter rüber, dann können wir die Brücke auch währenddessen selbst kaputt machen. Ja. Und dann zu den Kreuzern durchzubrechen. Ja, cool. Den ganzen Tag der Plan, ne? Bestätigt. Jo. Man tut, was man kann, ne? Oh. Von Versuch. Aber für Ihre Befehle, in Ordnung. Einheit verlobt. Ihr Einsatzfahrzeug. Einheit verlobt. Wir brauchen Sie uns. In Ordnung, in Ordnung. Ziel wählen. Verstärkung. Äh. Heute, die hat sie hingebrochen. Einheit verloren. Egal. In Ordnung. Wir brauchen Sie uns. Wo ist der Kreuzer hin? In Ordnung. Es gefällt mir nicht, dass der Kreuzer weg ist. Wir brauchen Sie uns. Ah, schön, wir sind schon wieder. Wir brauchen Sie uns. Wird gebaut. Marion Einheit verloren. Bestätigt. Aber warte ihr, wir bestätigt. Da ist der Kreuzer. In Ordnung. Wir haben ihn gefunden. Ja. Wird gebaut. Einheit verloren. Marion Einheit verloren. Ja, wenn du Spaß hast, dann mach du da mal. In Ordnung. Die U-Boot, die KI in dem Spiel ist natürlich nicht so gut ausgereift, wie man es heute erwarten könnte. Aber, äh, das Spiel ist ja auch schon ein bisschen was älter, ne? Und macht Spaß. Dann machen wir hier mal ein paar Panzer, damit wir hier mal den Danen aufmischen können. So. Unser Stützpunkt wird anliegende. Ja, läuft auch alles sehr rund hier gerade. Du, weh, weh. Ja, verloren. Schauen wir mal eben den Bauhof, ach quatsch, ich baue auf die Waffenfabrik und machen mal zwei Transporter fertig und dann haben wir die Mission auch schon gleich geschafft. Ja, willst du mal, ne? Ja, das ist innerhalb von 6 Minuten. Ja, das geht mal. Ist schon mal nicht schlecht. Ja, ich hoffe ja, dass die nächsten Missionen genauso rund laufen. Ja, das stimmt. Ja, mit den Sowjets ist es ja ein bisschen einfacher als mit den Alliierten. Ja. Welches Kommandekonker hast du denn gespielt? Ein bestimmtes, ein älteres, ein neueres? Das waren so die ersten, das war... Also, nichts sonderlich Bestimmtes. Und sie lag einfach auf meinem Körper im Büro rum und hat mir das geklappt und einfach mal getrocknet. Ja, ihr merkt schon, Alina ist so ein kleines Zockerweibchen. Jetzt kommt, ich bin nicht klein, ich bin groß. Ja. Ich bin auch für meinen Alter wirklich nicht zu klein. Klein ist ja immer eine Sache der Betrachtung. Ja. So, damit hätten wir die Mission geschafft. Hallo? Ja. So, Videosequenz und dann melden wir uns danach wieder. Ja. gut ja erst mal richtig hinsetzen hier erstmal hinsetzen monitor anmachen augen auf und dann können wir spielen ja das war jetzt mission 6 ich glaube ja mit der hälfte und nicht ganz jetzt kommt die hälfte so wohin gehen wir gehen zurück nach mütterchen russland dann schauen wir uns mal das briefing an was wann ist der reaktor kern sicher sie müssen die stellung halten stoppen sie sie die alliierten greifen den reaktor in komenz gar nicht schon unterwegs nein das ist zu wichtig sie gehen das kühlsystem ist abgeschaltet der kern erreicht bei kritische temperatur sie müssen in den reaktor eindringen und die kühltürme wieder ins system einbinden so dass es jetzt wobei jetzt russisch kann der kann mir das jetzt voll ist es bestimmt achtung achtung oder warnung ne 30 minuten bis zur kern schmerz ist das offenbar so was ist passiert das ist jetzt eigentlich die einzige mission der die sowjet mal in etwas etwas in bedrängnis bedrängnis kommen denn die alliierten greifen einen reaktor an so aber hier muss doch die spielgeschwindigkeit etwas runter drehen so da haben wir wauwaus müssen wir haben das problem ist wenn sich jetzt einer von diesen wauwaus bewegt knallt der bunker alle anderen wauwaus auch über den haufen unser auftrag ist es jetzt invasoren zu retten und damit das mit diesen dann das kühlsystem des reaktors wieder zu aktivieren und diesen dann zu sichern und in dieser mission treffen wir auch auf tanja die dann leider unser opfer wird die wir einfach überrennen in ordnung weil die wir verbrennen wir genau verbrennen sie ja wir brennen das herz aus dem körper ich glaube ich werde diese zwei minuten oder minute auch alleine auskommen ja das werden wahrscheinlich eher fünf oder zehn sein keine ahnung ich werde dann essen oder so eben runter und dann ja mach ich mir helfen und dann noch mal essen wir dann habe ich so durchgeschafft so da haben wir auch schon wieder fässer ich ja immer vorsichtshalber alle fässer in die luft die ich sehe ja und da ist sie weg und wir sind jetzt mal alleine wieder eine gewisse zeit wieso genau das habe ich befürchtet ja gott sei dank so wir müssen hier im moment warten weil es kann man sein manchmal sein dass dann sich einer nach unten verirrt finden und ich hätte das auch mit den hunden geschafft glaube ich sehr gern sehr gern sehr gern sehr gern selten darum haben nämlich jetzt zwei überlebt wir kommen uns jetzt natürlich hinterher aber bis dahin versuchen wir an die hunde schon zu haben sehr gern jawohl jawohl in ordnung ich wusste es sehr gern in ordnung sehr gern erwarte jawohl So, die Cyborgs müssen alle überleben. Die Hunde können, glaube ich, draufgehen. So, dann decken wir mal ein bisschen die Karte auf hier. Damit wir überhaupt wissen, womit wir es zu tun haben. Ich glaube, hier geht es zum Reaktor rauf. Genau. Hier geht es zum Reaktor rauf. Und hier sind die Kühlsysteme. Jetzt müssen wir aber natürlich erst noch die Invasoren finden. Da ist Tanja. Natürlich. Natürlich. Sofort. Sehr gern. In Ordnung. Tja, das wollten sie jetzt mit uns versuchen. Der Schuss ist aber nach hinten losgegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. So, ich hoffe, ihr seid draufgegangen. In Ordnung. Sehr gern. Sehr gern. In Ordnung. So, wir ziehen mal ein paar Hunde ab. Dann mischen die da oben mal auf. Ich glaube, die brauchen wir dann da, um die Feuertürme zu aktivieren. Einheit verloren. Einheit verloren. Einheit verloren. Okay. Wir machen es doch anders. Wir befreien erst die Invasoren. Dann können wir meinetwegen die Hunde opfern. In Ordnung. Sofort. Ja, Sir. Sofort. Sofort. Genau, hier war nämlich jetzt so ein Typ, der wäre jetzt hochgerannt und hätte da die Fässer zur Explosion gebracht. Aber da wir ihn ausgeschaltet haben... Ist das jetzt weniger ein Problem? Ja, die Hunde hören leider irgendwann auf, anzugreifen. Da muss man immer zwischendurch nochmal anklicken. Dann fangen wir auch sofort wieder an zu rennen. Früher dachte ich immer, je öfter man klickt, desto schneller werden die. Stimmt aber ja, nicht. Ja, Sir. Melde mich wie befohlen. Melde mich wie befohlen. So, dann können zwei Invasoren schon mal an die Kühlsysteme gehen. Ja, Sir. So, dann sind die Kühlsysteme von zwei Systemen schon mal wieder aktiviert. Und wir machen an der Stelle wieder einen kleinen Schnitt. Und ja, ich mache den nächsten Teil dann alleine weiter und Alina kommt dann später wieder dazu. Bis neulich! Bis neulich! Vielen Dank.